Ja und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schon lange her, wo das letzte Video kam. Schön zu Nathan, ein kleiner Gast hier bei mir. Und wir machen das erste Mal CSGO Küsten Opening. Wir haben das früher noch nie gemacht. Haben uns jetzt mal ein paar kleine Käse geholt hier. Wenn es gut läuft, tun wir uns nochmal ein paar. Wir haben nicht mehr so viel Geld. Das war jetzt gar nicht so, als wären wir arm. Komm schon noch da rein. Das war jetzt gar nicht so, als wären wir arm gewesen, nein. Auf jeden Fall, eine Kiste gehört dem Lieben Jonathan. Und mir gehören, also ich nehme die zwei Chroma Kisten und die eine Breakout Kiste. Und wenn es gut läuft, tun wir uns wahrscheinlich nur eine Phoenix Kiste, auch wenn die total beschissen ist. Phoenix ist scheiße. Und ich soll jetzt anfangen, die erste Kiste zu machen. Und ich will dann gehen und scheiße ziehen. Okay, ich wünsche dir, dass du die Glock 18 kriegst. Oh, Heil-Game, Alter. Game. Ja, ja. Aber ich kann nicht gehen. Jetzt starte. Was? Oh, shit. Oh, shit. Oh, scheiße. Oh, mein Gott. Oh, oh. Bitte, du Freunde. Oh, shit. Oh, shit. Ah, wenigstens StatTrak. StatTrak? Oh, nein. Mal gucken, wie viel ist die wert? Ja, sagst du, ist mich das verarschend? Komm schon. Die ist eh nichts wert, Alter, was ist jetzt schon? LOL. Hurensohn. Wo ist sie denn? Später vielleicht erst angezeigt. Oh, wird ja später angezeigt. Das sieht doch nicht. Das wird ja auch nicht später angezeigt. Du musst dem Community Mark verkaufen gehen. Hab ich doch. Oh. Sagt er, wie sieht? Jetzt mach das. Boah, krasser Shit, Alter. Krieg ich ja richtig viel für. Weil, was ist das Ding, wenn ich jetzt kein StatTrak mehr bekommen würde? Das wäre mir vielleicht ein Patient gewesen. Och, nö. So, mach ich jetzt erst die Chroma oder erst die Breakout? Mach Breakout. Oh, nee, die will ich zum Schluss haben. Die will ich zum Schluss haben. Okay, dann mach ich gut. Komm, nach der Chroma-Kiste machst du und die Breakout kann ich nicht. Ja, okay. Scheiße. Ich nehm die, Alter. Alter, wenn es in einer anderen Scheiß-Shit drin ist. Ja. Oh, scheiße. Komm, System-Lock, System-Lock. Was? Mach nochmal. Das ist ein Verarschen. Stell dir vor, ich hätte das Knife gezogen. Alles klar. Alles klar. Okay, das. Oh, hau den Shit weg. What the fuck? Was ist los, Mann? Hey, Leute, der Steam ist schon wieder abgeschissen. So, wir sind wieder da. Ja, war kurz und wie Steam ist schon wieder abgeschissen. Scheiß, Mann. Los jetzt, aber... Vielleicht will er es einfach nicht... Vielleicht hat er mir ja gerade gesagt, Lord Game hat schon gesagt, ich soll die Kiste nicht öffnen. Mach dich heiß jetzt auf. Scheiße. Ich kann ihn gucken, Mann. System-Lock. System-Lock. Und, 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 und. Oh, was ist denn los? Was ist das für ein Scheiß, Alter? Geil. Das hab ich mir gewünscht. So als noch. Die 3 Cent, Alter. So, die nächste, die letzte Chroma-Kiste öffnet jetzt. Jetzt, jetzt kommt der Boss. Alter, wenn du jetzt neifst, also, ich raste aus, ich raste aus, Alter. Du ziehst 100% irgendwie was dir anisst. Oder die hier, die Naga würde ich auch gerne haben. Na, Gott. 100%, Alter, 100%. Komm schon, komm schon, bitte, 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 bitte. Nein, ich pack's ja. So eine Scheiße, ey. Geil. Boah. Boah, 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 boah. Ganz speziell aber Factory New, freundlich, komm, mal nach. Die, weil, die ist eh nix wert. Oh, kranker Shit, Alter. So, mach die andere. Ah, wo war? Komm, ob die Factory New. Wo ist denn die? Da. Oder wie ist? Oh, verprägt man. Factory New. Meine Güte. Obwohl, die eigentlich ganz schön voll schussendet, auch die ist nicht wert. Ja, ich bin, weil keiner mit der spielt einfach. Das bin ich mal mit der. Wow. Wow, also genauso viel wie meine anderen auch. So, die letzte, die letzte Kiste. Wake Out. Ey, komm, da muss jetzt was Gutes drin sein, komm. Ich hab gehört, die Desert Eagle kriege ich schon. Wir kriegen, ich sag euch jetzt schon, wir kriegen einen Negev. Ich schwöre drauf. Okay, ich schwöre nicht drauf. Puh, Alter. Das ist meine letzte Kiste. Los, hau raus. Komm, die ganze gute Scheiße kommt schon am Anfang. Die Tigris. Alles klar, Mann. Was willst du mit der OMP haben? Oh, das ist schwarz. Boah, die ist doch richtig sexy, Alter. Wer will die nicht? Oh, der Witz, ey. Wir haben so scheiße gezogen, Mann. Wir haben so einen Dreck gezogen, ey. Das ist voll geil. Einfach 10 Euro, nichts, nichts einfach. Och, komm. Nichts. Alles klar, ich weiß nicht. Ich hab die noch öffnet. Ich weiß nicht. Stimmt nicht. Dann weiß ich das Arzt nicht mehr. Scheiße. Das ist doch ein Dreck, Alter. Alles klar, Freunde. Hier sind wir nochmal. Also, ihr sehen konntet, wir haben nur Kranken-Shit gezogen. Ja, Mann, richtig geil. Also, wir haben auf jeden Fall jetzt ungefähr um die 10.000 Euro Gewinn gemacht. Nächstes Case unbedingt kommt in 10 Jahren, weil dann das nicht alles geht. Auf jeden Fall. Nur tut man die Regeln. Naja. Das war eigentlich von dem Video. Hier könnt ihr nochmal die Tarnungen sehen. Die haben wir genommen. Die, die, der ein Trott. Meinen ist die Beste. Hat keiner verstanden. Ich weiß. So. Naja. Bis zum nächsten Video. Alles klar. Horst der Rennen.